Ja, es gibt definitiv verschiedene Trainingsmöglichkeiten. Der Hauptfokus würde ich eher sagen, Lebensmittelauswahl, möglichst natürliche artgerechte Lebensmittel, gepaart mit Nahrungskarenz, also Pausen dazwischen zu haben oder und dem intermittierenden Fasten, damit Zellen merken, okay, da kommt weniger Energie an, wir müssen uns was anderes überlegen. Artgerecht Health Nerds Sprechstunde. Eure Fragen wissenschaftlich beantwortet. Mit Felix Möse und Matthias Baum. Zucker, sieben erschreckende Fakten zum weißen Gift. Unser Halloween Spezial hier bei den Health Nerds. Leute, herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr habt unsere Hauptfolge vom vergangenen Donnerstag schon gehört. Wir haben ja wirklich sieben erschreckende Fakten zum Thema Zucker mit euch geteilt. Matthias Baum aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam ist heute natürlich wieder hier zur Sprechstunde. Matthias, erstmal herzlich willkommen. Hi. Hi Felix, ich freue mich, wie immer mit dabei zu sein. Eine super Folge haben wir hingelegt und ich muss es sagen, nicht um uns selber zu loben, sondern deshalb, weil wir sehen, es sind wahnsinnig viele neue Podcast-Hörer an Bord, die uns zum ersten Mal hören. An euch alle ein herzliches Willkommen und schon mal die Info hier in dieser Folge. Immer eine Woche nach der Hauptfolge gibt es die Sprechstunde, wo wir eure Fragen, in dem Fall rund ums Thema Zucker und erschreckende Fakten, gerne persönlich beantworten wollen. Und wir haben gesehen, es gab so viele Fragen aus der Health Nerds Community zur Folge, zum Thema Zucker, wie wir ja seit Wochen, also in dieser Menge wirklich nicht bekommen haben. Und das zeigt, okay, wir haben offenbar einen Nerv getroffen. Zucker und die schädlichen Eigenschaften, die das weiße Gift, wie es ja immer wieder genannt wird, offenbar auf unseren Körper hat, interessiert viele, beschäftigt viele und uns geht es ja nicht anders. Und deswegen, Matthias, wollen wir auch direkt rein starten. Wir haben mal die spannendsten Fragen rausgesucht, die uns erreicht haben über artgerecht.com. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse, ihr könnt uns schreiben über podcast.artgerecht.com. Oder natürlich, wie es viele gerne machen, über Instagram, Facebook, einfach den Direct Messenger nutzen und uns direkt anschreiben. Die erste Frage hat uns erreicht, leider ohne Namen, aber er oder sie schreibt, hallo ihr Lieben, wieder mal eine super Podcast-Folge, danke dafür. Meine zwei Fragen zur aktuellen Folge. Und zwar ist mir aufgefallen, nicht nur bei mir, auch im Freundeskreis, dass wenn man krank ist, meistens bei Erkältungs- oder Grippesymptomen, man unglaublich Bock auf süßes Essen hat, zumeist so Schokoladenzeugs. Meine erste Frage, warum ist das so? Und meine zweite Frage, nach dem, was ihr berichtet habt, ist es doch eigentlich sehr kontraproduktiv für unser Immunsystem, der Konsum von Zucker. Das würde doch streng genommen dazu führen, dass sich eine Infektion dadurch verlängert. Und wenn wir das evolutionär betrachten, würde das doch wenig Sinn machen, weil dann im schlimmsten Fall meine Herde mich zurücklässt und alleine weiterzieht, weil ich nicht fit genug bin. Liebe Grüße. So, spannend. Also erstmal tatsächlich, ich glaube, das können viele nachvollziehen, wenn man krank ist, wenn man so kränklich auf der Couch oder im Bett liegt, mit Schnupfen, mit Husten, mit Erkältung, mit Grippesymptomen. Ja, Bock auf Zucker würde ich bei mir auch attestieren. Da habe ich Lust irgendwie auf heiße Schokolade, auf echte Schokolade, auf irgendwie süße Nahrung. Wie kommt das, Matthias? Drei Gründe sind eigentlich dafür entscheidend. Das eine ist der Energiebedarf, der nachweislich steigt. Das heißt, ein aktives Immunsystem, jede Form der Entzündung, jede Energie, die das Immunsystem benötigt, zieht es aus Reserven heraus. Und der Energiestoffwechsel eines aktiven Immunsystems verändert sich und schwenkt um primär auf Zucker. In Ruhe verbraucht ein Immunsystem gar nicht viele Kilokalorien pro Tag. Das ist vielleicht so 80, 90 Kilokalorien pro Tag. Arbeitet ja hauptsächlich in der Nacht. Und wenn dann aber eine Erkältung besteht oder irgendein anderer Infekt oder ähnliches, dann braucht es deutlich mehr Energie und dann kann das sehr stark ansteigen. Das heißt, der eine Grundgedanke ist, okay, mehr Energiebeschaffung. Der andere Aspekt aus der evolutionären Perspektive ist die Gewissheit, dass es in der Natur gar nicht so die Energieverfügbarkeit von freiem Zucker oder zuckerhaltigen Lebensmitteln überhaupt gab. Das heißt, wir haben natürlich den Zugang auch gar nicht gehabt. Und jetzt kommen wir so ein bisschen in die Richtung des Mismatches in der heutigen Zeit. Wir wissen natürlich, wo wir heute unseren Zucker finden können und sind es gewohnt, auch eher auf Zuckerquellen zurückzugreifen, dass wir eher auch Zucker gerne konsumieren wollen. Und der andere Aspekt, du hast es eben gesagt, die schöne heiße Schokolade oder da verändert sich die Stimmlage schon, impliziert schon eine veränderte Neurotransmitter-Ausschüttung im Gehirn. Wir wissen, dass dunkle Schokolade auch einen Einfluss nimmt auf den Serotonin-Haushalt. Und wir nehmen Serotonin natürlich auch auf Dopamin. Und wir können natürlich diese Freisetzung von Serotonin und Dopamin und ein wohliges Gefühl, was durch diese Neurotransmitter mit ausgelöst wird, erzeugen, eben auch durch Essen. Und dann ist es eher eine Erfahrung in der heutigen Zeit, dass wir eher zu Zucker greifen. Aus final, aus evolutionärer Perspektive würde ich aber sagen, das Krankheitsverhalten, das typische Krankheitsverhalten, ist eigentlich Rückzug, auch weniger Hunger zu haben. Und wir sind uns dann wahrscheinlich einig, es ist nicht der klassische Hunger, sondern eher der Heißhunger, weil Zucker gebraucht wird. Und wir haben es gelernt, aber es ist nicht so vorgesehen oder kommt so eigentlich in der Natur nicht vor. Und direkt, Matthias, die zweite Frage hinterher, evolutionär betrachtet, wenn wir jetzt wirklich mal in der Geschichte zurückschauen, vor, keine Ahnung, 50, 100, 150.000 Jahren, als wir Menschen noch in Gruppen, in Horden durch die Steppe gezogen sind, da macht es natürlich keinen Sinn, wenn ich meine Verletzung, die ich habe oder meine Erkrankung, die ich habe, künstlich verlängere oder den Heilungsprozess künstlich verlängere. Weil klar, wenn die Gruppe dann irgendwann entscheiden muss, wir müssen den Schwächsten zurücklassen, damit die ganze Gruppe überleben kann, ist das evolutionär betrachtet ja vollkommen richtig, wie hier geschrieben wird, ein Nachteil, oder? Naja, es geht ja, glaube ich, auch um den Zusammenhang mit dem Zuckerkonsum. Das heißt, wenn ich mehr Treibstoff an Zucker reingebe, dann habe ich das Potenzial natürlich auch, dass dann mein Immunsystem länger aktiv ist, weil es quasi mehr direkten Treibstoff zur Verfügung hat. Und das kann durchaus ein Punkt sein, und wir haben über Zucker auch gesprochen, dass es eben das Immunsystem schwächen kann. Also letztendlich auch die Funktionsweise der Immunzellen haben wir zugesprochen. Und wenn ich gerade in einem entzündlichen Prozess bin, gleichwohl, ob es sich gut anfühlt und wohlig anfühlt und man dem Immunsystem Energie zur Verfügung stellen möchte, ist es eben aus der evolutionären Perspektive eigentlich nicht so. Das heißt, wenn ich in meine Sickness Behavior eintrete, also Müdigkeit, schlecht schlafen, auf Rück zu gehen, dann schütze ich auch meine Herde damit. Und dann darf ganz entspannt die Entzündung ablaufen und dann zur Wundheilung führen. Und dann beendet sich der Infekt eben auch. Und im besten Fall wurde man auch nicht von der Herde oder von der Kohorte zurückgelassen. Super. Also klare Einschätzung von unserem Experten Matthias Baum. Die nächste Frage hat uns erreicht von Birgit. Sie schreibt, hallo und vielen Dank für euren tollen Podcast. Sind die von der WHO empfohlenen 25 Gramm bezogen auf Industriezucker oder muss man auch Trockenfrüchte und ähnliches reinrechnen? Danke und lieben Gruß, Birgit. So, jetzt müssen wir kurz erklären, was meint Birgit. Wir hatten in unserer Hauptfolge darüber gesprochen, dass die Weltgesundheitsorganisation als maximale Menge an Zucker, die wir am Tag konsumieren sollten, 25 Gramm empfiehlt. Auch hier muss man nochmal erklären, weil viele sagen, naja, das ist schon relativ viel. Das ist auch wirklich die Obergrenze, die die WHO empfiehlt. Sie sagt also auch im zweiten Satz, es sollte deutlich weniger sein im besten Fall. Also 25 Gramm als maximale Obergrenze. Und jetzt die berechtigte Frage, Matthias von Birgit, bezieht sich das nur auf den Industriezucker, also den künstlich zugeführten Zucker oder eben auch auf Fruchtzucker, Zucker in Früchten und so weiter. Genau. Also es sollte eigentlich sich nicht nur auf 25 Gramm Zucker, also Industriezucker, können wir auch nochmal drauf schauen, also wenn wir jetzt über Haushaltszucker beispielsweise sprechen, geht es jetzt nicht darum, dass jeder 25 Gramm davon essen kann und alles andere auch ganz normal, sondern es soll logischerweise Industriezucker wie beispielsweise Haushaltszucker, Maissirup, was dann auch eben in Lebensmitteln enthalten ist, darauf sollte man dann halt eben achten. Deswegen kommt immer wieder der Hinweis auf versteckte Zucker mit einberechnen, das ist der eine Teil, aber sicherlich auch verarbeitete Lebensmittel, Getränke, Softdrinks, Backwaren und ähnliches und durchaus auch andere Quellen wie Honig, Sirup, was zuckerhaltig sein kann, Fruchtsäfte, auch Trockenfrüchte gehören natürlich in einem gewissen Maße mit dazu und sollten dann alle zusammen nicht mehr als 25 Gramm pro Tag ergeben. Aber du hast es eben gesagt, es wird als Obergrenze beschrieben, 25 Gramm, nur um es mal zu berechnen, jeden Tag 25 Gramm und wenn man es sich nur mal vorstellt, jeden Tag 25 Gramm auf 365 Tage im Jahr sind über 9 Kilogramm reiner Zucker, der konsumiert wird, in Lebensmitteln versteckt und wie gesagt, dafür muss es nicht das Zuckertütchen gewesen sein. Und wir wissen auch, dass es viele diese 25 Gramm pro Tag deutlich überstreiten, insbesondere wenn wir jetzt Richtung Weihnachtszeit schauen, wird die Menge nochmal deutlich steigen und dementsprechend lohnt sich wirklich der Blick darauf und in der eigenen Zubereitung kann man deutlich besser darauf verzichten. Das versteckte Süße, der versteckte Zucker ist häufig eben das Thema, weil man es vielleicht gar nicht so süß erstmal wahrnimmt, aber es eben eine wichtige Geschmacksinformation ist, die aufgenommen wird und den Geschmack verändert, aber natürlich auch unser Verlangen danach. Die nächste Frage kommt von Charlotte und die bleibt so ein bisschen in diesem Bereich des Fruchtzuckers und der Zuckeralternativen. Liebes Artgerecht Team, eure aktuelle Podcast-Folge zum Thema Zucker war wie alle eure Folgen wirklich bereichernd. Dankeschön. Charlotte, vielen Dank für die Lorbeeren. Also sie schreibt, mich würde interessieren, ob ihr auch empfehlen würdet, auf Datteln als natürlichen Zucker zu verzichten. Haben wir gerade schon erklärt, aber weiter geht's, denn Reissirup und Agavendicksaft etc. haben ja ähnlich negative Auswirkungen wie normaler Industriezucker, weswegen man diese bestenfalls wahrscheinlich auch weglassen sollte. Oder, viele Grüße, Charlotte. Eine sehr berechtigte Frage. Ja, das Thema haben wir kurz gestreift. In unserer Hauptfolge Zuckeralternativen, auch Honig, Agavendicksaft, Reissirup schreibt sie hier. Es gibt ja so einige natürliche Süßstoffe oder Süßungsmittel. Was kannst du, Charlotte, hier und unserer Community mitgeben? Also, wer sich auch in der Artgerechtwelt und auch in der Rezeptwelt auskennt, weiß, dass wenn es dann um Süßung geht, durchaus auch mal Trockenfrüchte mit eingesetzt werden, Datteln. Aber eben nicht Dattelsirup, was nochmal auch quasi mehr den Zuckergehalt konzentrieren würde. Vom Grundprinzip her ist es so, wenn ich mit Trockenfrüchten arbeite, habe ich natürlich einen höheren Gehalt, insbesondere an Fruktose. Und daher kommt eigentlich auch die Strategie, ich hatte das mit dem Süßungseffekt eigentlich mit angesprochen, auch bei Ahornsirup, Maissirup, die vielleicht in der Süßung nicht so intensiv sind und auch bezogen auf den Blutzuckerspiegel keinen so starken Anstieg bieten würden. Und bei Datteln, wenn ich jetzt als Trockenfrucht insgesamt das sehen würde und mir zur Süßung Datteln in einen Kuchen, einen artgerechten Kuchen, irgendein Rezept mit reinbacken würde, sehen wir das eigentlich als vertretbar. Man muss ja nicht komplett darauf verzichtet werden. Und Fakt ist auch, auch das, Trockenfrüchte, ist durchaus etwas, was man im Laufe der Evolution gehabt hat, aber auch eben saisonal. Das heißt vielleicht auch dann in höheren Mengen. Höhere Mengen an Fruktose sorgen letztendlich aber auch, dass diese Fruktose nicht direkt zum Energiestoffwechsel verwendet wird, sondern eher in Fett umgewandelt wird. Das Fett dann eher an inneren Organen abgespeichert wird und ist wie schon ein bisschen Energiereserve in Zeiten, wo man das vielleicht auch nicht zur Verfügung hat. Bedeutet, wir können Datteln durchaus mit einsetzen. Wir empfehlen in dem Kontext gerne, auch wenn man in Richtung Reset schaut, eher einen mengenmäßigen Einsatz oder nicht zu regelmäßig vor allen Dingen. Also vielleicht zwei, dreimal die Woche und nicht irgendwie zwei, drei Hände voll, sondern eben auf ein Rezept bezogen. Da sind die Mengen eigentlich immer sehr gut mit abgestimmt. Dann isst man ja auch nicht den ganzen Kuchen. Also ist das durchaus eine Möglichkeit, sich etwas Süße mitzuholen. Mal. Aber Fakt ist auch, wenn ich dauerhaft sehr viele Datteln konsumieren würde, löst es das Problem auch nicht. Und wie ich es eben schon gesagt habe, es rechnet sich natürlich in die Menge des Zuckers pro Tag mit an. Lass uns direkt noch bleiben bei diesem Thema. Es kam nämlich auch eine Frage noch explizit rein, wie es sich beim Thema Honig verhält. Ich weiß, wir haben auch hier bei den Health Nerds mal eine Folge zu besonderen Honigformen und Sorten gehabt und haben immer wieder auch über das Thema Manuka-Honig mal gesprochen. Diesen sehr, sehr besonderen neuseeländischen Honig, der unglaubliche Wirkungen hat. Was kann man beim Thema Honig und Zucker sagen? Ist es auch kurzkettiger Zucker? Gibt es auch diese Insulinspitzen? Genau. Es ist auch eine kurzkettige Zuckermischung, die zur einen Hälfte aus Glucose, zur anderen Hälfte aus Fruktose besteht. Das heißt, es ist ähnlich auch in der Zusammensetzung wie Haushaltszucker. Und jetzt ist es eher so das Chemische runtergebrochene und sorgt auch für einen schnellen Blutzuckeranstieg. Auch Honig wäre zum Beispiel eine natürliche Süßungsquelle, die wir noch eher mit auf die Liste packen würden, wo man sagt, okay, kann man in Maßen mit einsetzen. Nicht zu regelmäßig, nicht damit jetzt jeden Kaffee süßen oder sowas in die Richtung. Der Grundgedanke und das ist bei den Datteln auch, die Datteln haben ja noch andere Vorteile, also mineralstoffreich oder ballaststoffreich vor allen Dingen. Das ist das, was man gerne verwendet, wenn es auch in Richtung Verstopfung oder ähnliches geht, dass man gerne mal Datteln mit einsetzen kann. Und bei Honig und insbesondere natürlich Manuka-Honig, aber grundsätzlich haben wir natürlich Nährstoffgehalte, Antioxidantien, die darin enthalten sind, die darüber hinaus neben der Energiequelle als Zucker durchaus hilfreich und wichtig sind. Und dann eben gerade in Richtung Manuka gedacht, als eine spezifische Honigsorte, die natürlich auch diese antibakteriellen Eigenschaften aufweist, aufgrund dieses MGOs, also eines Moleküls, das antibakterielle Funktionen aufweist. Dafür wird es ja auch gerne eingesetzt. Und dann eher als Nahrung, als Medizin und eben nicht zu sagen, alles klar, darauf schmiere ich mir jetzt mal jeden Tag zwei, drei Honigbrote. Der Unterschied ist relativ klar, weil er in der Zusammensetzung strukturell, chemisch gesehen natürlich auch Fruktose, Glucose ist, also das, was wir auch im Haushaltszucker finden, macht es auf der Ebene, ich sage mal in Anfangsstrichen, nicht besser. Aber es hat natürlich, es ist ein volleres Lebensmittel und hat unterschiedliche Einsatzgebiete, aber die Dosierung muss man trotzdem mit berücksichtigen. Lass uns hier einen kurzen Break machen und über Artgerecht sprechen. Das ist das Unternehmen hinter den Health Nerds und diesem Podcast. Auf einer rein wissenschaftlichen Basis entwickelt das Team von Artgerecht extrem hochwertige Nahrungsergänzungsmittel. Immer mit dem Blick auf unsere Evolution und dem Ziel, wirklich nur die reinsten und am besten kompatibelsten Inhaltsstoffe zu identifizieren, um unserem Körper das zu geben, was ihm häufig fehlt. Iron, Elferin, Energy, das sind einige der Top Supplements von Artgerecht, auf die zum Beispiel Spieler unserer Fußballnationalmannschaft oder Trainerteams der Bundesliga und viele andere Leistungssportler und High Performer vertrauen. Vielleicht hast du dir noch nie Gedanken darüber gemacht, ob Supplements mit einer extrem hohen Bio-Verfügbarkeit für dich einen spürbaren Unterschied machen können. Deswegen, probier's doch einfach mal aus. Mit dem Code HEALTHNERDS15 bekommst du als Neukunde 15% Rabatt auf deine erste Bestellung auf artgerecht.com. Schau's dir doch einfach mal an, während du jetzt die Health Nerds weiterhörst. Auf artgerecht.com sparst du als Neukunde 15% auf deine erste Bestellung mit dem Code HEALTHNERDS15. Den Code und den Link packen wir dir auch noch einmal in unsere Shownotes. Und jetzt geht's weiter. Die nächste Frage finde ich sehr, sehr spannend, geht jetzt in eine etwas andere Richtung, aber natürlich bleiben wir beim Thema Zucker. Stefan hat uns eine sehr nette Nachricht geschickt. Er schreibt, liebe Health Nerds, ich habe eine Frage zur Zucker-Folge. Ich mache sehr viel Sport, Crossfit und eine Trainingseinheit bei mir dauert zwischen 90 und 120 Minuten. Um diese Einheiten durchzustehen und gute Leistung zu erbringen, brauche ich oft Zucker als Booster. Mein Ziel ist es, nicht Fett zu reduzieren, sondern meine Leistung zu steigern. Was ist eure Meinung dazu und was für Alternativen gäbe es vielleicht? Des Weiteren habe ich schon von Sportdiabetes gehört. Was ist das genau und was ist dran? Besten Dank, Stefan. So, spannendes Thema. Total. Also erstmal, das ist auch so ein, ich glaube so ein, ich will nicht sagen Irrglaube, aber ich weiß, es gibt viele Sportler oder viele Menschen, die ins Fitnessstudio gehen, die zu ihrer Trainingseinheit sich auch schon irgendwie Kalorien reinhauen. Ja. Süße Riegel, irgendwie vielleicht sogar Pasta, Carbloading und so weiter, um irgendwie wirklich dem Körper Energie zu geben, die er direkt an der Liegestützbank oder wo auch immer verbrauchen kann. Lass uns damit mal ein bisschen aufräumen. Die moderne Sportwissenschaft sieht das alles und vor allem die moderne Ernährungswissenschaft sieht das ein bisschen anders. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob die das alle wirklich anders sehen. Die Empfehlungen sind schon relativ klar und ich verstehe auch den Hintergedanken, diesen Boost damit zu erzeugen. Das kennt jeder, vermeintlich kennt das jeder, wenn man sich überlegt, so, ich bin irgendwie in so einem Mittagstief, ich hole mir mal ein bisschen was Süßes rein und dann boostet mich das. Direkt noch ein Gedanke dazu, auch das kennen viele von uns, haben wir früher auch von Mama und Papa mit in die Schule bekommen, diese Traubenzuckerwürfel. Dextrose. Die Dextrose, ja, du hast das Mittagstief irgendwie in der fünften Stunde, hast irgendwie noch einen Test zu schreiben, hier, dann nimmst du mal so einen Traubenzucker, dann ist dein Gehirn sofort wieder wach. So, und jetzt kommst du. Jetzt, jetzt komme ich um die Ecke und sage, Stefan macht es insofern, da ist es verständlicher, weil er bewegt sich ja schließlich auch im Vergleich zu, ich schiebe dir mal einen Traubenzucker rein, weil das Mittagessen schon so hart war und hart im Sinne von für dein Immunsystem und es muss so stark arbeiten, dass so viel Energie für das Immunsystem verloren geht, dass es dir im Kopf nicht mehr bleibt, plus eine Insulinspitze, dass du es wieder versuchst mit Zucker zu kompensieren. Ja, das geht dann wieder hoch und dann schaffst du es vielleicht irgendwie noch bis zum Abendessen durch oder brauchst noch eine Zwischenmahlzeit. Im Sportkontext ist das anders und dann verstehe ich natürlich den Gedankengang, man muss das auch unterscheiden, bei Crossfit heißt es wirklich, also funktionales Training, gepaart mit Ausdauer, gepaart mit Kraft und komplexe Übungen und ich will das überhaupt nicht mindern, jetzt nur den einen Gedankengang, eben dabei zu sagen, schnell verfügbare Kohlenhydrate in Form von Zucker, freiem Zucker mit zu verwenden, heißt, der resorbiert, teilweise schon über die Mundschleimhaut, geht schnell über den Magen in den Verdauungstrakt rein, gelangt schnell in die Blutbahn und unter Bewegung ist Muskulatur dann in der Lage, Zucker aufzunehmen ohne Insulinausschüttung. Das ist nochmal ein großer Unterschied. Und dann funktioniert das wunderbar als Treibstoff und dann ist es auch genauso, wie Stefan es beschreibt, es geht ihm nicht darum, um Fett zu reduzieren, sondern es geht ihm darum, leistungsfähiger zu sein. Jetzt komme ich nochmal um die Ecke und sage, es könnte aber auch sein, dass man sich in eine gewisse Rigidität des Stoffwechsels reinarbeitet, indem man sagt, ich funktioniere dann aber auch nur mit Zucker. Das heißt, wenn der Treibstoff nicht kommt, das heißt, wenn ich nicht extra Zucker zuführe, dann sorgt es unter Umständen dafür, dass wenn ich es dann mal nicht habe, ich einen extremen Leistungseinbruch habe. Bei Ausdauersportlern auch ein wichtiges Thema. Natürlich ist im Crossfit die Dauer der Einwirkzeit der Übung kürzer als ausdauerndes Training beim Laufen, wo man eher auch auf diesen sogenannten Fettstoffwechsel umstellen möchte. Und jetzt versuche ich seine Frage insofern auch zu beantworten, dass man sagt, okay, wenn du das so einsetzen möchtest, alternative Zuckerquellen, dann kann man eben schauen, ob man etwas verwendet, was vielleicht auch vom Körper besser verarbeitet werden kann. Es gibt zum Beispiel einen Zucker Isomaltose. Das ist ein Zucker, der für einen geringeren Blutzuckeranstieg sorgt und damit für die Verfügbarkeit von Zucker auch ganz gut mitverwendet werden kann. Und es gibt natürlich andere Alternativen. Das heißt auch schon vor dem Training beispielsweise mit komplexeren und intrazellulären Kohlenhydraten in der Mahlzeit zu arbeiten, vielleicht zwei bis drei Stunden vor der eigentlichen sportlichen Einheit, sodass es aufgespalten werden kann, der Magen nicht mehr voll ist und die Energie dann rein theoretisch auch zur Verfügung steht. Wir haben jetzt eben über Süßungsalternativen gesprochen, also eher auch verpackt in der ganzen Nahrungsmatrix, wie beispielsweise Bananen oder Datteln mitzuverwenden. Die Frage ist natürlich immer, wie schwer liegt mir das im Magen? Hindert mich das dann daran, meine sportliche Einheit durchzuführen? Das ist sicherlich ein Punkt. Auch die Kombination mit dieser Isomaltose zusammen mit Ribose, wir haben das ja in Energy mit dabei, ist auch eine mögliche Kombination, vorher und auch danach nochmal mitzuverwenden, um einfach die Energieproduktion nochmal mitzuboosten. Ich hatte es eben gesagt oder schon angedeutet, dass an trainingsfreien Tagen, also an Nicht-Crossfit-Tagen, durchaus auch mal Dinge wie Nahrungskarenz, nicht dauerhaft zu essen, nicht jetzt hier auch immer wieder Zucker mit einzubauen oder auch mal ein nüchternes Training in einem moderaten Intensitätsbereich durchaus mit einzubauen, um eine gewisse Flexibilität im Stoffwechsel wiederherstellen zu können. Weil das ist das in Richtung des Sportdiabetes, was jetzt nicht ein klassischer medizinischer Begriff ist, aber die Beobachtung, dass bei intensiven Sport und die regelmäßige Kohlenhydratzufuhr die Insulinempfindlichkeit einfach abnimmt. So, grundsätzlich. Und das fällt zu Wettkampfzeiten oder im Training erstmal nicht auf. Spannend wird es dann vor allen Dingen, wenn man irgendwann rausgeht. Und wir sehen das schon bei Sportlern, die auch untersucht wurden, es ist eine Kombination aus, obwohl sie Leistungssportler, Profisportler auch viel Sport treiben, haben sie aber in der restlichen Tageszeit Bewegungsmangel. Das ist eigentlich auch eine verrückte Geschichte. Spannend. Das heißt, diese Kombination aus, ich bewege mich auch im Alltag, auch einfach grundsätzlich zwischendurch aufstehen und dann über die Nahrung mit auszusteuern und den Nutzen von mehr Zucker dann nur in diesen Trainingseinheiten oder zu einem Wettkampf mitzuverwenden, das macht Sinn. Und so könnte man es vielleicht sinnvoller aufbauen. Stefan, wir hoffen, dass wir dir ein paar Ideen gegeben haben und ein bisschen Hintergrundwissen aus der Wissenschaft. Wenn du noch mehr Fragen an Matthias und sein Team von Artgerecht hast, einfach wieder schreiben. Du kriegst natürlich immer direkt eine Antwort von uns. Matthias, die nächste Frage kommt von einer offenbar neuen Hörerin, die uns zwar ihren Namen nicht verraten hat, aber sie hat uns geschrieben, Hallo ihr da, sehr spannende neue Folge. Ich habe erst zwei Health-Nerds-Folgen von euch gehört. Der Algorithmus hat euch empfohlen. Super, freuen wir uns natürlich. Also herzlich willkommen hier in der Community. Ich habe gleich mehrere Fragen. Meine erste Frage, wie unterscheidet denn der Körper zwischen den Zuckerformen? Also warum ist die eine Zuckerform okay und die andere schlecht? Gibt es dafür eine chemische Grundlage? Lass uns damit direkt mal starten. Also chemisch betrachtet unterscheidet der Körper natürlich in den Zuckerformen, die dann aufgespalten oder eben in einem Produkt direkt verfügbar sind und sie werden über unterschiedliche Transportkanäle aufgenommen. Jetzt beispielsweise das Thema Glucose und Fruktose. Bei Laktose ist es eine Verbindung aus zwei Zuckern und dementsprechend wird sie, muss sie erst noch aufgespalten werden. Da ist beispielsweise Laktase, dieses Enzym, entscheidend dafür, dass es funktioniert. Und vielleicht ist das auch schon ein wichtiger Aspekt. Gut und schlecht würde ich es überhaupt nicht einteilen. Wir haben zwar gesagt, Zucker ist nicht essentiell, das ist auch so, aber jeder Energiestoffwechsel versucht diesen Zuckerkreislauf, versucht im Stoffwechselprozess, andere Stoffe zu Zucker zu verstoffwechseln, umzuwandeln, um diesen Energiegewinnungsprozess zu nehmen. Aber dafür muss ich nicht Glucose aufnehmen. Das Gut und Schlechte in der Einteilung entsteht eher über Auswirkungen auf den Stoffwechsel. Das heißt, wenn ich immer sehr viel und dann ist es fast egal, welcher Zucker, aber immer sehr viel eines Zuckers verwende, dann passiert genau das, wo wir eben schon zu gesprochen haben, Themen wie Insulinresistenz, die auftreten können. Hohe Mengen Fruktose stehen in Verbindung, das hatte ich eben auch gesagt, weil aus einer evolutionären Perspektive viele Trockenfrüchte essen beispielsweise. Fruktose wird umgewandelt, nicht in Energie direkt, sondern in Fettsäuren und dann wird dieses Fett gespeichert, also steht in Verbindung mit dem Thema der Leberverfettung oder der inneren Organverfettung und dementsprechend unterscheidet der Körper nicht, ob das gut oder schlecht ist, sondern es ist eher in der Frage der Menge, die zu dem Blutzuckeranstieg führt, die Häufigkeit in der Verwendung und dann eher Auswirkungen auf den Stoffwechsel. Also genauso wie mit Laktose, wenn ich kein Enzym habe, um es aufzuspalten, ich also Laktoseintolerant bin, dann würde es auch Verdauungsprobleme machen, dann wäre dieser Zucker ja quasi auch schlecht. So rum würde ich es halt eben eher sehen. Also nicht die klassische Einteilung in gut oder schlecht. Aber es gibt themisch gesehen unterschiedliche Aufnahmekanäle. Okay, die nächste Frage. Wie steigt denn die Toleranz, wenn durch mehr Zufuhr die Anzahl an Rezeptoren zurückgeht? Kann ich ja nicht mehr wollen, weil ich habe ja dann weniger Rezeptoren. Ja, ich verstehe den Gedankengang. Ich hatte auch, glaube ich, etwas zu den Rezeptoren, gerade auch in der Wahrnehmung des Geschmacks der Süße mitgesagt. Jetzt muss man dieses Thema Wollen oder dieses Wollengefühl noch mal ein bisschen differenzierter betrachten, weil es sich eher auf unser Belohnungssystem im Gehirn auswirkt. Und auch hier aus evolutionärer Perspektive ist es etwas, was in der Natur nicht so häufig vorkommt. Und wenn es dann mal diesen Glückstreffer gab, man hat es geschafft, ein Bienennest zu überleben, wenn man es ausrauben wollte. Das gehört ja auch mit dazu. Klar. Dann hast du diese Verfügbarkeit von einer hohen Energiedichte schnell verfügbar für den Körper. Und hier geht es eher um diesen Rezeptorabbau auch im zentralen Nervensystem und die Verfügbarkeit. Und das ist eigentlich immer, dass der Körper auf das eine und andere eben dementsprechend reagiert. Wenn viel Zucker ankommt, bei Insulin kann man es vielleicht sich noch mal mit verdeutlichen. Wenn viel Zucker die ganze Zeit ankommt, dann schwimmt das durch die Blutbahn, kommt zu den Zellen, dann kommt ein bisschen Insulin mit dazu, und dann kommt der Zucker in die Zelle. Und wenn sehr viel Zucker da ist, versucht der Körper, das mit mehr Insulin zu lösen. Jetzt kommt mehr Insulin und die Zellen erkennen, oh, da kommt sehr viel Insulin, dann brauchen wir ja weniger Rezeptoren. Dann habe ich einen Rückgang der Rezeptoren und dann entsteht etwas, was mir dann häufig in unterschiedlichen Bereichen, es geht bei Stresshormonen auch, bei anderen Hormonstrukturen, immer wenn ich dieses Schlüsselschlossprinzip Hormon-Rezeptor-Thematik habe, dass Resistenzen entstehen können. Und dieses Thema, weil wir hatten ja auch über dieses Suchtpotenzial gesprochen, wenn es immer wieder auch ein Belohnungssystem mit aktiviert und eine Vielzahl von Neuronen feuern müssen, die dieses wohlige Gefühl damit entstehen lassen, entsteht auch dort eine gewisse Toleranz. Das ist auf der einen Seite und Rezeptor-seitig, das kann Geschmacksknospen sein, wo man einfach sagt, ich nehme das gar nicht mehr so süß wahr, ich nehme mal mehr süß mit dazu. Dann Auswirkungen auf den Insulinstoffwechsel und in der Kombination ist das Wollen zentral als Gefühl, ich will hier mehr von haben, eben etwas des Nervensystems und der Wahrnehmung mit meinen Sinnesreizen. Super Matthias. Und die dritte Frage, kann ich meinen Körper darauf trainieren, aus welchen Quellen er den Zucker zieht? Also wenn ich eine Zeit lang auf Zucker verzichte, lernt mein Körper dann wieder primär Kohlenhydrate als Glucosequelle zu nutzen. Lieben Dank an euch, eure neue Hörerin. So, und ein Herz hat sie noch geschickt. Also vielen Dank dafür. Vielen Dank. Ja, was können wir da noch sagen? Also kannst du auf jeden Fall es möglich, den Körper zu trainieren. Wir haben da schon häufiger drüber gesprochen. Wir sprechen hier von dem, also weiß sie ja noch nicht, weil sie hat es noch nicht so häufig gehört, aber wir sprechen über das Thema der metabolischen Flexibilität. Das ist das, was ich bei Stefan eben auch schon mal mit angedeutet habe. Den Körper, wenn auch nicht im Training direkt, aber in anderen Phasen an Nicht-Trainingstagen oder erholungsregenerativen Einheiten, die gemacht werden, nüchtern Training beispielsweise mit einzubauen, Nahrungskarenzen mit einzubauen, Intermediate des Fasten mit einzubauen und natürlich eine Lebensmittelauswahl zu wählen, die dafür sorgt, dass ich einen niedrigeren glykämischen Index habe, eine niedrige glykämische Last habe und dementsprechend auch weniger Zucker dann im System zur Verfügung steht. Und dann schaffe ich es natürlich, dass der Körper und dementsprechend die Zellen und alle einzelnen Organe mit der Mangelsituation besser umgehen müssen und aus anderen Energiequellen Energie ziehen müssen. Nur zur Vorstellung, aus jeder Energiequelle, die es so gibt, es passiert immer alles parallel. Es ist nicht nur 100% so oder 100% so. Es ist nicht 100% Zuckerstoffwechsel und 100% Fettsäurenstoffwechsel. Aber es geht so in die Richtung, wie kann ich eher diesen Shift, auch insbesondere Fette zu verstoffwechseln oder aus den Speichern mir etwas zu holen. Es gibt sogenannte Glykogenspeicher. Glykogen ist so ein Mix zwischen irgendwas zwischen Zucker und Fett und wird insbesondere an der Leber und im Muskel eingespeichert und kann natürlich nur los, ausgelöst werden, wenn ich nicht die ganze Zeit Zucker oder auch mehr Energie die ganze Zeit aufnehme. Das heißt, es geht auch um eine grundsätzliche Nahrungskarenz. Die ketogene Ernährung beispielsweise versucht mit einer sehr hohen Fettmenge und sehr niedrigen Kohlenhydratquellen, also Zucker und auch andere Kohlenhydratquellen, bis auf 5-10% runter in der täglichen Energiemenge, so viel Fett zur Verfügung zu stellen, dass im Körper fast nichts anderes übrig bleibt, um dann letztendlich Ketonkörper zu produzieren, was auch wieder ein Energieträger ist. Also ja, es gibt definitiv verschiedene Trainingsmöglichkeiten und der Hauptfokus würde ich eher sagen, Lebensmittelauswahl, möglichst natürliche, artgerechte Lebensmittel, gepaart mit Nahrungskarenz, also Pausen dazwischen zu haben oder und dem intermittierenden Fasten, damit Zellen merken, in Ruhe und in Kombination gerne auch mit Bewegung, merken, okay, da kommt weniger Energie an, wir müssen uns was anderes überlegen. Und dann fangen Körperzellen an, nicht nur auf andere Energieträger unmittelbar zurückzugreifen. Bei den ersten Malen fühlt sich das dann auch eher erschöpfend an, dass man sagt, ich habe keine Energie. Denke ich nochmal an Stefan, der halt irgendwie so sagt, ich brauche ja den Boost. Das ist der eine Moment. Aber im nächsten Moment und nachgeschaltet und in der Entwicklung fängt der Körper an, natürlich wieder sensitiver, beispielsweise auf Glucose zu reagieren. Dann werden wieder neue Rezeptoren gebildet oder neue Transporter dafür gebildet. Dann sagt die Zelle, ich habe so wenig Energie zur Verfügung, so wenig Glucose, die hier ankommt. Es macht Sinn, wenn wir ein paar mehr Mytochondrien, also Kraftwerke der Zellen haben, um aus der wenigen Energie die effizienter nutzen zu können. Und das sind dann Neubildungen von Mytochondrien, die dadurch angeregt werden. Und das ist durchaus etwas, was sich ernährungsseitig gepaart mit moderater Bewegungsintensität beispielsweise, also nüchtern moderate Bewegung, aber eben auch über die Ernährung sehr gut mitsteuern kann und den Körper wieder versuchen kann, flexibel zu bekommen. Zucker. Sieben erschreckende Fakten zum weißen Gift. Unser Halloween-Spezial und diese Sprechstunde heute. Wer sie wirklich am Veröffentlichungstag, diesen Donnerstag hört, heute ist der 31. Oktober, heute ist Halloween. Tolle Fragen von euch aus der Community. Noch einmal herzlich willkommen an die vielen neuen Hörer, die uns durch diese Folge entdeckt haben. Schön, dass ihr da seid. Wir können euch eins versprechen, es gibt hier jede Woche spannende Themen rund um Ernährung, um Körper, Fitness, Gesundheit für ein langes, glückliches, gesundes Leben, was wir uns doch alle irgendwie wünschen. Matthias Baum aus dem Health & Health Wissenschaftsteam, vielen herzlichen Dank an dich und an dein Team für die tollen Insights und für die Beantwortung dieser Fragen. Ich bin Felix Möse, sag herzlichen Dank. Leute, nächsten Donnerstag gibt es eine neue Folge mit einem spannenden Thema. Wir gehen schon langsam Richtung Weihnachten und können euch versprechen, es gibt noch einige tolle Themen, die wir dieses Jahr mit euch gemeinsam hier im Podcast besprechen wollen. Bis dahin, eine gute Zeit, eine schöne Woche, bleibt neugierig und bleibt gesund. Vielen Dank. Health Nerds, der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu. Ein All Ears on You Original Podcast.